Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde GTA 5. Komm, nein, kann jetzt gerade nicht. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Herzlich Willkommen zu meinem kleinsten Video, was ich bisher je auf YouTube gelernt habe. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ist ja heute auf jeden Fall ein kleines Video. Und heute zeige ich euch mal den coolsten Fallschirm oder ja, Basejump, den es übrigens gibt. Ja, viele sagen ja Fallschirmsprung und Basejump. Aber ich möchte euch noch eine kleine Erläuterung geben, was eigentlich Basejump ist. Basejump bedeutet ja Bridge, Antennas, also Antenne, Säule oder irgendwas. Also Basejump ist ja immer das, wo man irgendwo auf einer Basis steht sozusagen. So, jetzt ein bisschen aufpassen hier. Bin jetzt mal hier der Weihnachtsmann. Und jetzt geht ihr einfach auf dieses eine Schild hier. Genau, auf dieses Schild hier. Und guckt da nach unten und dann könnt ihr Basejumpen. Jetzt sagen natürlich viele, das geht überhaupt nicht. What the fuck? Guckt euch mal, was da ist. GTA 5. Ah, moin moin. Ja. Willkommen auf YouTube. Jo, jetzt wollte ich eigentlich gerade springen. Jetzt kommt natürlich der coole GTA 5 Junge hier. Mit dem wunderschönen Wellum. Na, auf dieser Antenne kann man leider nicht. Hab's auch schon versucht. Aber theoretisch könnte man ja einen Basejump machen, also einen Fallschirmsprung machen, da drauf landen und dann da nochmal runterspringen. Nur da hat man halt kein Fallschirm. So, jetzt passt mal auf. Wo ist er denn? Seht ihr ihn? Auf jeden Fall springen wir jetzt mal runter. Achtung. So. Hab ich doch gesagt. Funktioniert wunderbar. Und hinter euch seht ihr dann jetzt wunderschöne Windwoodschild. Jetzt könnt ihr hier landen. Jetzt könnt ihr hier rein. Oh nein, Leute. Jetzt öffnet sich die scheiß Tür nicht. Ist ja blöd. Warte. Jetzt muss ich ja mal ein bisschen kontrollieren hier, ob alles gut ist. Wenn sich die Tür nicht mehr öffnet, schlagt einfach mal ein bisschen gegen euer Flugzeug. So. Und dann müsste sich eigentlich... What the fuck? Alter. So, das war Let's Play Together. GTA Online. Äh, kurzes Video. Knappes Video, Leute. Habt ihr euch viel erlebt. Hehe. Jo. See you later, Alligator. Ciao. Halt, ne. Warte mal. Ich glaube, ein Base Charm machen wir noch. Wäre ja jetzt ein bisschen blöd, wenn man jetzt einfach abhauen würde. Oh Mann, ich habe so viel Cola getrunken, Leute. So. Machen wir nochmal ein Base Charm. Und das Coole daran ist ja, dass der Fallschirm ja schon alles vor Ort liegt. Das heißt, ihr geht einfach hoch. Braucht ihr nicht mal einen Flug... Braucht ihr nicht mal einen Fallschirm? Müsst ihr gar nichts kaufen oder so. Wäre ja auch ein bisschen blöde. Nö, nö. Einfach hochklettern. So. Vorsichtig natürlich. Dann drückt ihr die Select-Taste. Und dann Inventar. Fallschirm. Genießt ihr den Fallschirm. Hoffentlich. Oder so. Jo. See you later, Alligator. Ciao. Mist, ich bin ja tot. So eine Scheißabon.